10 Wege, um herauszufinden, ob er dich nur hinhält und wie man damit umgeht 1. Normalerweise bist du diejenige, die zuerst schreibt. Er antwortet zwar immer, aber er schreibt dir fast nie als Erster. Er mag es, wenn du dich anstrengst, aber er ist nicht bereit, das Gleiche zu tun. Die Tatsache, dass du immer zuerst schreibst, sagt ihm, dass du sehr auf ihn stehst. Sein Ego wächst und wächst und das führt dich nirgendwo hin. Das Beste, was du tun kannst, ist, ihn zu ignorieren, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Erlaube dir nicht, die Einzige zu sein, die es versucht. Bemühungen und Einsätze müssen gegenseitig sein, auch wenn es um etwas so Einfaches wie Chatten geht. Aber lass uns ehrlich sein, das Chatten kann dir viel über ihn sagen. 2. Er weigert sich, eure Beziehung offiziell zu machen, weil er nicht auf Labels steht. Komm schon, ist das dein Ernst? Diese Ich-steh-nicht-auf-Labels-Ausrede ist ja wirklich steinalt und er hat immer noch den Mut, sie zu benutzen? 3. Er verbringt nur Zeit mit dir, wenn es ihm so passt. Wir werden sehen und Ich-melde-mich-wieder sind seine zwei Lieblingssätze. Wenn er ständig konkrete Antworten meidet, wartet er nur darauf zu sehen, ob er etwas Besseres zu tun hat. Es ist ein deutliches Zeichen dafür, dass er dich zappeln lässt. Wenn er dich das nächste Mal sehen möchte, schreib ihm einfach, Oh, ich bin mir nicht sicher, ob ich es schaffen kann. Ich melde mich wieder. Spiele das Spiel richtig und zeig ihm, wer der Trainer ist. Das alles mit ihm wird dich nirgendwo hinführen, wenn du auf jeden seiner Anrufe springend antwortest und alles fallen lässt, nur damit du Zeit mit ihm verbringen kannst. Bleib beschäftigt und er wird sich an deinen Zeitplan anpassen. Wenn nicht, tja, sein Pech. Aber wenigstens wirst du nicht mehr zappeln. 4. Du bist nur seine Bettgeschichte 98% der Zeit, die er zusammen verbringt, endet mit Sex. Er ist nicht so sehr an SMS interessiert, wenn er nicht flirtet. Er hat kein Interesse daran, dich zu treffen, wenn du deine Periode hast. Dies sind alles Anzeichen dafür, dass er nur an einer einzigen Sache interessiert ist. Wenn du nicht bereit dafür bist, sag es ihm und geh. Okay, mit ihm zu schlafen, wird ihn nicht verändern oder dazu bringen, eine Beziehung mit dir haben zu wollen. Es wird nur die Situation aufschieben oder die Dinge dort lassen, wo sie jetzt sind. Diese Situation mag dir eine Weile lang passen, aber sobald du Gefühle für ihn entwickelst, wirst du nicht nur mit Sex zufrieden sein. 5. Die Situation mit seiner Ex ist immer noch unklar Seine Ex ist immer noch ein Teil seines Lebens. Sie hat ihn entweder total kaputt gemacht oder er ist immer noch in ständigem Kontakt mit ihr. Das beeinflusst eure Beziehung auf eine negative Art und lässt dich alles in Frage stellen. Tut mir leid, aber wenn dir das passiert, bist du wahrscheinlich seine Rebound-Freundin. Er mag die Zeit, die er mit dir verbringt. Er will dich in seiner Nähe haben, aber wegen seiner Ex hält er dich auf Distanz, lässt dich nicht näher an sich heran und möchte eure Beziehung nicht stärker machen. Sprich mit ihm offen darüber und schau, ob es eine Lösung gibt und was er wirklich für dich empfindet. 6. Schon bei der geringsten Andeutung von Engagement zieht er sich zurück. Er vermeidet das Thema Engagement und versucht so schnell wie möglich über etwas anderes zu sprechen. Er ist wahrscheinlich ein Bindungsphobiker. Das kann zwar temporär sein, aber auch fatal für die Beziehung. Wenn du denkst, dass es vorübergehend ist, dann versuche das Thema nicht zu erwähnen. Gib ihm Zeit, um es allein zu tun. Wenn aber daraus nichts wird, hast du ihm wahrscheinlich schon mehr als genug Zeit gegeben. Ihr habt definitiv nicht die gleichen Ziele, was eure Beziehung betrifft. Also ist das Beste, was ihr tun könnt, keine Zeit zu verschwenden. 7. Er bittet dich um Zeit, um sein Leben in den Griff zu bekommen. Das Schlimmste ist, dass er all diese Versprechen macht und alles, was er will, ist Zeit. Du unterstützt ihn so sehr und wartest auf den Tag, an dem er sein Leben endlich in den Griff bekommt. Aber die traurige Wahrheit ist, dass er es nie tun wird. Er könnte tatsächlich ein verfuschtes Leben und Probleme haben, von denen er denkt, dass sie schlechte Auswirkungen auf eure Beziehung haben könnten. Aber in den meisten Fällen ist das nur eine gute Ausrede, um dich warten zu lassen. Wenn du siehst, dass er sich überhaupt nicht anstrengt, sich zu verändern und keine Fortschritte macht, wird er es wahrscheinlich niemals tun. 8. Er will es beenden, aber möchte deine Gefühle nicht verletzen. Der beste Weg, um das zu erkennen, ist, wenn er sich drastisch ändert. Er hat dauernd irgendwelche Ausreden und er ist immer zu beschäftigt, um dich zu sehen. Er schreibt dir nicht mehr so oft wie früher. Er verschwindet auf einmal und Tage vergehen ohne jeglichen Kontakt. 9. Er verspricht dir, dass er sich ändern wird, aber tut es nie. Er will dich nicht verlieren, also macht er all diese Versprechen darüber, dass er dich besser behandeln wird, dass er sein Verhalten ändern wird, dass er sich mehr an der Beziehung bemühen wird und versuchen wird, ein besserer Mann zu sein. Aber du hast diese Geschichte schon zu oft gehört und nichts ändert sich. Die traurige Wahrheit ist, dass es sich niemals ändern wird. Er hatte genug Chancen. Bleibe nicht in dieser blöden Situation, nur wegen der Hoffnung, dass sich die Dinge ändern werden. 10. Du bist die Einzige, die in die Beziehung investiert. 11. Du bist die Einzige, die ihr Herz und ihre Seele in die Beziehung steckt. 12. Du tust das Beste, was du kannst, aber all deine Bemühungen sind vergeblich. 13. Sie bleiben unbemerkt und die andere Person ist einfach daran gewöhnt, Dinge zu nehmen, ohne etwas zurückzugeben. 14. Einseitige Beziehungen funktionieren nie. 15. Hör auf, der falschen Person dein Bestes zu geben. 16. Liebe dich selbst genug, um wegzugehen, wenn die Dinge dich nicht glücklich machen und du dich nicht geliebt fühlst. 17. Wenn du unterschätzt und schlecht behandelt wirst. 17. Du verdienst die Welt, gib dich nicht mit weniger zufrieden. 20. Du verdienst die Welt, gib dich nicht mit weniger zufrieden. 20. Du verdienst die Welt, gib dich nicht mit weniger zufrieden.